Musik 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 Es gab noch nie ein ganz normales Spiel hier in Spielberg. Es war immer irgendwas Verrücktes los. Heute leider wieder eine Situation, wo wir es 3-2 machen und der Schiedsrichter lieber eine Rote Karte gibt uns. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, auch wenn es vielleicht nicht zu 100% verdient gewesen wäre in der Phase. Wie hast du denn die Szene gesehen, wie den Platzfall war? Ich glaube, die Situation ist ungünstig für alle Detail. Der Linienrichter hebt die Fahne, Ravensburg macht in der Aktion dann ein Tor, das ist schon mal, das ist dann Wahnsinn eigentlich. Das ist brutal, das Tor wird dann zurückgenommen. Aber Fakt ist, wenn der Spieler zu dem Zeitpunkt was sagt oder er hebt draußen die Fahne, dann ist das vielleicht so, dass es dann nicht zählt, wie ich die Situation sehe. Aber ich glaube, dass der die Fahne nicht hebt, ohne dass der Spieler was sagt. Es ist 2-2 ausgegangen, das ist ja vielleicht jetzt auch wieder ein Standardergebnis dann hier. Wenn das Spiel nicht abgebrochen bleibt, dann... Es ist halt so, Herr. Und zu der roten Karte möchte ich noch sagen, dann stelle ich mich jetzt jedes Mal dem Linienrichter beleidigen und dann können wir dann gehen. Okay, alles klar. Ja, gut. Gut.